Lieber Jörg, du hast dir vorgenommen, alle Orgelwerke Bachs aufzunehmen und auch an die historischen Orgeln zu reisen. Ich darf mitreisen und das Projekt dokumentieren und habe dich jetzt in den letzten Monaten und Jahren durch die Landschaften gescheucht, so von Bayern über Thüringen, dann Richtung Norden nach Hamburg und Altenbruch. Und dabei habe ich bestimmt ein ganz anderes Verständnis von Orgellandschaften als du. Was sind denn für dich Orgellandscapes? Ja, die Orgellandschaft ist natürlich für den Musiker eine Region. Das ist auch ein Fachbegriff in der Musikwelt und man fasst darunter eigentlich bestimmte Orgelbauer zusammen, die in einer Region ihre Instrumente gebaut haben. Und da man in der Barockzeit ja noch nicht so global vernetzt war oder so weit gereist ist, findet man dann tatsächlich bestimmte Orgellandschaften wie Thüringen oder Franken, wo dann einfach ein, zwei, drei Orgeldynastien den Klang dieser Region geprägt haben. Wir haben bei unserer Reise auch viele Kirchen besucht natürlich, wo die Orgeln stehen. Manche wirken heller, manche wirken sehr dunkel und melancholisch. Was spielen denn die unterschiedlichen Kirchen für eine Rolle bei deiner Aufnahme? Das ist eben in der Orgelwelt eine ganz faszinierende Sache, dass Orgel und Kirchenraum immer eine Einheit bilden. Und wenn Orgelbauer beauftragt werden, Instrumente zu bauen, dann spielt natürlich die Art der Akustik an der Kirche eine große Rolle. Ob man viel Nachhall hat oder wenig Nachhall, werden die Pfeifen unterschiedlich intoniert, wie man sagt. Und jetzt für unsere Orgellandscapes ist das, denke ich, so das Herzstück, dass wir in den Regionen schauen, was sind da die Orgelbauer und immer die Relation zu Bach. Also wir besuchen nur Orgellandschaften, in denen Bach selbst war oder deren Orgeln er kannte oder gespielt hatte. Es ist denn irgendwie dokumentiert, wo Bach tatsächlich war? Ich erinnere mich zum Beispiel an den ganz engen Aufgang an der Orgel in Lüneburg. Da fand ich, konnte man sich ganz gut vorstellen, wie Bach vielleicht durch diesen kleinen Aufgang hochgelaufen ist zur Orgel. Ja, ich glaube, das geht mir auch so. Das ist eigentlich immer mit ein bisschen Gänsehaut verbunden, wenn man diese Originalorte besuchen kann. Und in seltenen Fällen haben wir auch noch die originalen Instrumente. Aber man muss sich auch die ganze Orgelwelt als einen sehr lebendigen Prozess vorstellen. Also über die ganzen Generationen hinweg wurden die Orgel immer weiterentwickelt. Es kamen neue Musiker, es kamen neue Zeitgeister auf, also hat man die Orgeln auch verändert. Und jetzt in Hamburg, das sieht man ja ganz eindrücklich bei unserem Cover, sind ganz viele Orgelbauernamen vertreten, weil so ein Instrument dann schon eine ganz große Geschichte hat. Also es gibt, glaube ich, wenig Orgeln, die noch wirklich 100 Prozent so waren, wie Bach sie vielleicht unter den Fingern hatte. Aber die spüren wir auf und das Reisen gehört ja in der Orgelwelt dazu. Und manchmal muss man tatsächlich ein bisschen in die Ferne gehen, um vielleicht ein Schwesterinstrument zu finden. Das haben wir mit Altenbruch gemacht. Also das ist dann in Verbindung mit Lüneburg, da ist ein selber Orgelbauer maßgeblich beteiligt. Im Hintergrund dieses Videos hören wir die Toccata 1 C-Dur. Die haben wir in Hamburg in der St. Katharinenkirche aufgenommen. Warum haben wir denn das Stück gerade dort aufgenommen? Das ist eine gute Frage und gar nicht so einfach zu beantworten, weil das ganze Orgelwerk von Bach sind sicher über 20 Stunden Musik und es gibt viele Möglichkeiten, das zu verteilen auf die verschiedenen Instrumente. Die Cedo Toccata ist ein großes Werk, eigentlich in der Art der norddeutschen Toccata, dem Stilus Fantasticus. Es gibt freies Laufwerk, zuerst für die Hände, dann gibt es ein großes Pedalsolo und dann ein concertoartiger Teil mit dem ganzen Orgelwerk. Also ich verbinde mit Hamburg und mit Bachs Bewerbung einfach diesen norddeutschen Stil. Und das ist eine wichtige Frage überhaupt über das ganze Projekt, wie wir die ganzen Orgelstücke auf die Orgeln verteilen. Und sehr oft leitet dann entweder so ein biografischer Link oder in diesem Fall eine stilistische Verbindung. Das ist auch eine Entdeckungsreise in dem Projekt. Da hat man sehr alte Klänge, wie vielleicht eher in Hamburg. Die sind zwar rekonstruiert, aber im Grunde eher ältere Klänge. Und man spielt dann Musik, die für Bach eher modern war. Und ja, daraus entstehen ganz viele Reibungen und eigentlich Anregungen, weiter nachzudenken. Wir haben jetzt schon fünf Orte besucht und haben Stücke an fünf Orgeln aufgenommen. Wie geht das Projekt denn weiter? Ja, insgesamt sollen es ja zehn Aufnahmen werden. Und wir wollen zehn Orgelbauer porträtieren. Also insofern haben wir dann noch ein bisschen was vor uns. Und die nächste Aufnahme wird an der wunderbaren Silbermann-Orgel in Freiberg bei Dresden sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall.